So, willkommen meine lieben Dreiflinge, wir sind in den Hinterlanden und haben schon ein bisschen von der Karte erkundet, noch einige Templar-Ladia getötet. Jetzt, hier vorne haben wir auch dann das erste Sternbild hergestellt. Ja, wie ihr seht, es ist eine riesige Karte. Das Sternbild deutet dann halt dahin, wo unsere Schätze sind. Ja, gut, aber wir gehen jetzt erstmal dahin und sehen, was da los ist, bevor ich stand hier, andersrum, irgendwo rumlaufen. Oh, wir sind auf. Weit, fertig, okay, nehmen wir hier runter. Kommt mit. Ist ja nicht mehr so weit. Wir sind ja vorsichtig, wohin ihr tretet. Meins. Spielzeugsoldat, aha. Ende freien Marschen. Da. Aua. Alle haben sich den Fuß leicht angeknackst. Mutter Giselle müsste hier irgendwo sein. Ach, das ist mal das Haus, was wir da gesehen haben, letztens, okay. Dorf Rettgräf. Keilenherz Brückenkopf. Keilenherz Brückenkopf. Okay. Hallo. Aufmachen. Amuletik Schicklichkeit. Aha. Aua. Larik, ist das was für dich? Oh, da ist noch kein Amulet. Saunes. Gürtel des Stauchhehlens. Aha. Cassie. Cassie. Das ist was für dich. Gürtel des Stauchhehlens. Guck mal, wir sind wie ein Gürtel bekommen, mein Hübscher. So, Eisen. Guck mal, wir sind ein Gürtel bekommen, mein Hübscher. Guck mal, wir sind die Gürtel bekommen, mein Hübscher. Komm. Geh wieder hoch. Da ist noch eine Kiste. So viel zu entdecken. Hier ein Kriegsfall. Jetzt muss es genommen werden. eine Kiste, die die Stattung. Das war's. Das war's. Okay, das war's. Okay. 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 ausdrücken die schon mal auswärts wenn du irgendwelchen dämon rauskommt nicht so schlimm den können wir ja einfach zerlegen würde ich sagen den dämon die randgebiete die 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 hinten ich habe gehört eure bücher sind recht erfolgreich meister teth ross ich komme zu recht das freut mich Wirklich? Ganz ohne Sarkasmus oder Standesdünke? Wir leben in dunklen und zornigen Zeiten, Kind des Steins. Vieles, woran die Leute glaubten, liegt in Scherben. Wenn ihr ihnen mit den Welten, die eure Bücher füllen, einen Hauch von Frieden bringt, habt ihr mehr getan als die meisten anderen. Bitch. Oh. Was hat es mit diesem Schädel auf sich? Was hat es mit dem Schädel auf sich? Okay, noch mal. Hm? 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 Was ist denn das? Okay, ich dachte, das wäre was schöneres. Jetzt müssen wir die ganzen Scherben und was auch immer das ist aufsammeln. Ja, schauen wir mal. Wo war das eigentlich heuer? Oh, Templer. Okay. Aufpassen. Was? Was? Okay. Geil. Selber Arschloch. Hm. Weil die hier solche Worte in den Mund nehmen, ey. Fresche. Mistkerne. So. Hier ist die Wurzeln. Wo ist diese Scherbe? Wo ist diese Scherbe? Wo ist das jetzt weg? Oh. Interessant. Ich kann nicht mit Gewissheit sagen, was das hier ist, aber es muss einen Grund geben, warum es durch den Schädel erleuchtet wurde. Oh, gut. Hm, da würde ich jetzt sagen, ich versuche jetzt mal schnell das Lager da hinten aufzuschlagen, dann gehen wir mal von da hin. Ja. Es hat hier so viel zu sammeln und sowas. Es verlinkt ab. Mal besser, wir sammeln alles ein, als wenn uns irgendwas am Ende fehlt. So. Ich gehe da in den Leiter hoch. Wie führt denn die Leiter da hin? Okay. Wie komisch ist diese Leiter? Okay. Hier hängeln. Oh, kaffee. Lass mich mal durch. Lass mich mal durch. Lass mich mal durch. Lass mich mal durch. Was denkt ihr, lagern wir hier oder ziehen wir weiter? Es gibt nichts zu berichten, Sir. Okay. Gut. Ja, okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.